Ja, hallo und willkommen hier bei 3D Plays zu einer weiteren Folge von RPG A Day. Und zwar heute haben wir bereits Tag 7. Ja, Familia. Familia ist das Thema heute. Und Familia bedeutet, also zumindest Adjektiv bedeutet, vertraut, bekannt, gewohnt, heimisch, geläufig, ortskundig, wohlbekannt, vertraulich, intim, ungezwungen, allgemein bekannt, anheimelnd. Oder als Substantiv, vertraute, vertrauter, Mitwisser, Mitwisserin. Ja, Familia ist ein Wort, das ist so wahnsinnig klasse fürs Rollenspiel. Also mir fällt da unglaublich viel ein zu den Adjektiven alleine. Und ja, da ich mich jetzt nicht entscheiden kann, worüber ich rede, weil es so viele Möglichkeiten gibt, würfle ich jetzt einfach mal einen W6. Und bei einer geraden Zahl nehme ich das Substantiv und bei der ungeraden Zahl der Adjekt. Gerade. Das Substantiv, vertraute, vertraute, ja, es gibt unglaublich viele Familias in Rollenspielen. Meistens haben die Magier irgendwelche Petklassen oder Hexen in DSA. Und ich habe heute Twitter einen Beitrag gelesen, hat jemand geschrieben, dass Familias nicht ausstehen kann, weil die zum einen zu viel Screentime kriegen, vor allem, wenn es irgendwie ein besonderes Familias ist, oder immer vergessen werden und dann im Kampf rausgeholt werden. Dem kann ich eigentlich schon zum Teil wirklich zustimmen. Das ist ein Riesenproblem, finde ich, beim Familiar, dass die einfach vergessen werden. Also die, ich habe das selber auch schon häufig erlebt, die werden dann die ganze Zeit vergessen, auf die wird überhaupt nicht eingegangen. Die laufen mit und, ja, wird nicht darauf geachtet. Und da wird kein Futter für besorgt, die werden nicht gefüttert, die werden nicht versorgt, gepflegt oder sonst was. Vollkommen ignoriert, bis dann ein Moment kommt, in dem, ja, das Tier was könnte, oh, aber ich habe ein Tier und das kann das jetzt, ne? Und ich habe ein Familiar und das kann die und die Fähigkeit und das mache ich jetzt. Aber die ganze Zeit, anders über, man ist durch irgendwelche engen Löcher gekrochen eigentlich und man ist irgendwo rund durchgeschwommen und die und jene, überall wird es, der hat schon seit Monaten nichts mehr zu essen gekriegt. Aber in den Situationen wird dann rausgeholt. Und das finde ich sehr schade, denn, ähm, Familiars können eine Runde, also können das auch im Spiel bereichern. Also ich spiele selber gerne Hexen und die haben dann auch in der Regel immer vertrauten Tiere. Und, ähm, deswegen weiß ich auch, warum Spieler das gerne haben. Ich habe halt auch gerne meine Vertrauten, weil ich kann halt die Meister sich total gut nachvollziehen. Und, äh, Vertraute sind halt eigenständige Charaktere. Das ist jetzt nicht wie ein, ähm, Pferd, was man mit dabei hat oder so ein Jagdhund. Das sind eigenständige Charaktere mit eigenständigen, äh, Gedankengängen, mit eigenen Charaktereigenschaften. Und, äh, die agieren auch dann eigenseparat und eigens. Und als Meister muss man sich dann überlegen, als Meister muss man die spielen. Da muss man sich halt wirklich überlegen, okay, wie stelle ich den, äh, wie spiele ich den, den, das Familia, wie stelle ich den dar? Reagiert er jetzt vielleicht? Steigt sich jemand an oder so, das muss man ja dann auch, oder ist ein Familia mit dabei? Vielleicht, vielleicht reagiert das ja oder so. Das sind einfach zu den ganzen anderen, vielen anderen Punkten, um die man sich als Meister kümmern muss, ähm, plötzlich auch noch so ein Tier, was man da beachten muss. Ich meine, man muss ja schon den, den, den Plot vorbereiten, da, da, das im Kopf haben, dann die NSCs vielleicht noch spielen, dann eventuell baut man Musik ein, die man noch spielen muss. Daran denken dann so viele Sachen, die man noch denken muss. Und dann hast du da noch einen Familia, an dem du, es ist viel. Es ist, und, ähm, als Meister fühle ich mich dann da sicher, also, ich hab's mit vielen NSCs, ich fühle mich viel, schnell überfordert. Also, wenn man, wenn man eine Verlust- und Runde kennt, ähm, hat das vielleicht auch schon gemerkt, dass ich sehr häufig, dass ich die NSCs, die wir da mitschleppen, auf gut Deutsch gesagt, äh, sehr häufig vergesse. Am Anfang hab ich die noch häufiger mit reingebracht mittlerweile, ich hab das jetzt auch festgestellt, dass ich die irgendwie total vergesse, dass die dabei sind. Das ist aber auch für mich so eine Gratwanderung, so eine Screentime-Gratwanderung. Wenn ich NSCs reinbringe und die handeln lasse, dann, äh, haben natürlich die eigentlichen Charaktere weniger Screentime. Und, ähm, das ist halt auch bei dem Familia das Problem. Der Familia kriegt natürlich auch Screentime und die nimmt ja den einen der Spieler weg. Und, ähm, wenn du jetzt eine Gruppe vielleicht von drei Spielern hast, dann ist das vielleicht nicht so schlimm. Weil der Wechsel zwischen, weil die trotzdem irgendwie dran sind. Wenn du ja schon vier oder fünf, vielleicht sogar fünf Spieler hast, dann wird's kritisch. Also da hat man schon, äh, Schwierigkeiten, jedem genügend Screentime zu geben, dass die alle so der Reihe nach dran sind. Wenn da jetzt auch noch so ein Vieh dann dazu kommt, das dann auch noch Screentime kriegt, das wird, das wird dann echt schon schwer. Ne, also da in dem Sinne kann ich ja schon verstehen, dass die viel, natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann dem Charakter, dem das Tier gehört, der kriegt dann natürlich auch doppelt dann nochmal Screentime, weil es ist ja sein Tier, ne. Das ist schwierig. Wo ich es dann vielleicht schön finde oder passend finde, ähm, was heißt, wo es dann vielleicht nicht so schlimm ist bei einem Spieler, der eh schon ein bisschen ruhiger ist. Ne. Äh, der vielleicht ein bisschen passiver ist, der ein bisschen introvertierter ist und den kriegt man vielleicht durch so ein, ähm, durch so ein Familiar eher nochmal rein. Ne, also dass man den so ein bisschen ins, ins Spiel reinholt. Das, das funkt, also dass man, dass man durch die Aktion vom Familiar den häufiger, ja, anspielen kann, dass man den so ein bisschen hier nach vorne ins Scheinwerferlicht reinkriegt. Ähm, ansonsten, ähm, hast du als Meister wirklich immer schauen, willst das Tier ja auch nicht komplett ignorieren, aber du kannst das auch nicht zu viel anspielen. Deswegen, ähm, liebe Spieler, wenn ihr ein Familiar erstellt, gebt nicht einfach den Meister den Bogen und sagt, hier, ich habe ein Familiar. Das, äh, fragt erstmal nach, ist das okay, wenn ich, wenn ich was mit dem Familiar habe, okay, und wie könnte der dann sein? Überlegt mit dem Meister gemeinsam, wie dieser Familiar ausschaut, in welchem Umfang er da drin ist, was für Fertigkeiten er vielleicht hat. Und, ähm, überlegt euch zusammen, äh, wenn ihr das nicht vielleicht sogar schon, wenn ihr das nicht vielleicht sogar ausspielt, also live ausspielt, also mit in der Gruppe auch vielleicht ausspielt, lässt du den kennenlernen. Und überlegt mit dem Meister zusammen, wie du an diesen Familiar gekommen bist, wenn du den von Anfang an dabei haben möchtest. Ne, dann, äh, überleg dir mit dem Meister eine Geschichte, wie hast du deinen Familiar kennengelernt? Was, was macht den aus? Und so, dass der, das, das, das würde, also mir würde es helfen, als Meister würde es helfen, wenn ich dann, äh, sowas mit dir besprechen kann und so, wenn ich was mit dem Spieler bespreche, dass ich, ähm, mir vorstellen kann, er vorstellen kann, wie ich den darstellen kann, den Familiar. Was, wie der in manchen Situationen reagiert, weil, wie gesagt, ein Familiar ist ein eigenständiger Charakter. Der hat eine höhere Intelligenz als, äh, normale, als die normalen Tierarten und, ähm, der versteht auch viel und der reagiert halt auch da auch ganz anders. Und wenn ich dann zusammen mit dem Spieler diesen Familiar erstelle und, beziehungs, und, äh, überlege, wie er da dran gekommen, ups, wie er da dran gekommen ist, äh, kann ich mir, ja, mehr darunter vorstellen und ich kann den auch eher einbinden. Und dann vor allem nimmt die anderen Spieler mit ins Boot. Äh, äh, entscheide das nicht nur für dich. Spiel mit den, rede mit den anderen Spielern, frag, ich würde gerne einen Charakter spielen, der hätte ein Familiar. Der kann die und die Sachen, ist das in Ordnung für euch? Vielleicht kann das ja auch ein Familiar sein, wenn man das, ähm, ja, vielleicht kann man, kann man das ja auch so machen, dass man das innerhalb einer Gruppe, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dass der Charakter den dann kennenlernt. Dass der Familiar vielleicht auch einen Bezug zur Gruppe hat, dass dann die Screentime, die der, die der Familiar bekommt, nicht allein auf diesem einen Charakter liegt, sondern tatsächlich der, ein gewissen, dass die anderen Charaktere auch einen Bezug zu dem haben. Dass sie den vielleicht gerettet haben oder sonst was, ne, also, dass sie den auch mitkennengelernt haben. Ist vielleicht eine Möglichkeit, ich weiß es nicht, es kam mir jetzt so gerade die Idee, ähm, dass man auf jeden Fall auch immer die anderen Spieler mit einbettet. äh, einbindet, einbettet, einbindet, einbindet, denn, wie gesagt, äh, Familiar nimmt ihre, äh, den Spieler natürlich Screentime weg. Und das heißt, es ist keine Entscheidung, die man als Spieler alleine treffen sollte. Und, ähm, dann, wenn man das alles so auch mit den anderen Spielern gesprochen hat und auch mit dem Meister, dann kann ein Familiar auch eine Gruppe bereichern, denn natürlich haben die super, haben die natürlich interessante Fähigkeiten, ne, die auch der Gruppe helfen. Aber, wenn ihr dann euch für ein Familiar entscheidet, dann kümmert euch auch um das Tier. Dann ignoriert das nicht. Das, ein Familiar ist ein Teil von euch. Es gehört zu euch und, ähm, deswegen kümmert euch um das Tier, pflegt es und so weiter. Ähm, denn, ähm, einfach das ganze Zeit zu ignorieren und das nur in so Glanz, hier, ich hab, und das ist doch auch Rollenspiel, 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 Rollenspieltechnisch irgendwie total blöd. Man hat ein Familiar und die ganze Zeit, während man unterwegs ist, beachtet man es überhaupt nicht. Das, deswegen. Denkt an euer Familiar, beachtet es, kümmert euch um es, sagt es um es, besprecht das untereinander in der Gruppe mit dem Meister und kann das passen. Ja, ich bin mal gespannt oder ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu unten hin postet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr möchtet, abonniert meinen Kanal und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Thema. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, morgen, wo immer ihr das Video schaut. Bye, bye.